Hallo meine Lieben, ich habe gedacht, wir quatschen mal wieder ein bisschen miteinander und ich war bei dm und ich habe drei Sachen nur gekauft. Darum habe ich gedacht, wir machen da kein extra Video dazu, ich packe das einfach hier mit rein. Und die drei Sachen, die ich gekauft habe, sind folgende. Ich habe mir zuerst ein Nagellack gekauft, und zwar ist das dieser hier, dieses wunderschöne Rot. Das ist die Farbe Jump in my Jumpsuit von Essie aus der Chigel... Hi, Chigelowilly? Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist es dieses Rot und ich finde es echt ein tolles Rot. Ansonsten fand ich aber, dass die LE überhaupt nicht irgendwie weihnachtlich angehaucht war oder irgendwas. Entschuldigung, ich habe gedacht, ich hätte da... Ist egal. Ja, also dieses Rot habe ich gekauft. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr toll. Kostet um die 8 Euro, ich glaube 7,95 Euro oder so. Dann habe ich mir von Alverde etwas gekauft. Da habe ich ein Video gesehen über das Alverde-Event. Und da hatte das jemand gekauft, und zwar ist das das Alverde, der Alverde Mineral Face Primer in Shimmering Rose. Der sieht so aus. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also. So, da ist schon mal hier ein bisschen Sauerei, dass das hier oben festklebt. Aber was soll's. So. Ihr dreht das, und dann kommt hier vorne, kommt das Produkt raus. Ich versuche euch das jetzt mal einfach hier auf dem Handrücken zu swatchen. Das ist eben dann so ein Permutschimmer ein bisschen. Vielleicht auch was für dich, Lisa, falls du das noch nicht entdeckt hast. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Es ist eben Primer und riecht halt, ja, so nach Alverde. Ich weiß nicht, wie ich euch das genau beschreiben soll. Hier vorne kommt das eben dann so raus. Und ja, ist eben eine Make-Up-Unterlage. Ich weiß nicht, ob man den Schimmer jetzt sehen kann. Er ist auch nur minimal vorhanden. Und eigentlich sollte man das eben jetzt hier dann drauf datschen. Und dann kommt hier aber das ganze Produkt rein, was total bescheuert ist. Und dann macht man den Deckel drauf. Mal gucken, wie ich damit noch zurechtkommen werde. Und dann habe ich mir, ja, ihr werdet es kaum glauben, ich habe mir ein Make-Up gekauft. Und zwar trage ich das heute auch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ja, ein Make-Up. Und zwar habe ich die Chance genutzt. Das habe ich jetzt auch schon öfter bei Instagram gesehen. Astor hat ja im Moment diese Mini-Größen für, ich glaube, 95 Cent oder so. Guckt da mal, falls ihr die noch nicht entdeckt habt. Und ich habe, das ist das Perfect Stay. Das ist die Perfect Stay Foundation. 24 Stunden Perfect Skin plus Primer. Und das ist die Nummer 302. War auch die letzte Farbe, die da war. Und passt mir eigentlich ganz gut. Ich kann euch das ja auch nochmal einfach auf den Handrücken swatchen. Auch wenn das eigentlich keinen Sinn macht, weil ihr ja nicht die gleiche Hautfarbe habt wie ich. Gehe ich mal von aus. Wo bin ich denn? Hier. Aber, ja, passt mir eigentlich im Moment ganz gut. Ich muss hier mal in den Spiegel gucken. Ja, und trage ich heute eben auch. Und ich weiß nicht, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Die Farbe passt mir, wie gesagt, auch im Moment ganz gut. Ich bin ja auch schon wieder ein bisschen blasser geworden. Sommer ist vorbei. Wir wissen gleichsam alle. Und ja. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Ich werde das natürlich noch ein bisschen weiter testen. Ich habe auch meine Finger heute benutzt, weil ich benutze normal kein Make-Up und habe keinen passenden Pinsel. Geschweige denn so ein Make-Up-Schwämmchen oder sowas. Aber vielleicht, schauen wir mal, vielleicht werden wir doch noch Freunde, Make-Up und ich. Who knows? Jo. Dann weiter zu einem anderen Thema. Weihnachten. Ja, Weihnachten ist ja noch nicht vor der Türe. Für mich zumindest. Obwohl irgendwie schon ein bisschen. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man vor dem ersten Adventure in Weihnachtsstimmung sein kann. Da ist aber natürlich auch jeder Mensch anders. Ich bin da einfach nicht der Typ für. Also ich finde das auch blöd, dass es schon im August Weihnachtsschüsigkeiten in den Läden gibt. Aber ja, vielleicht bin ich da auch ganz alleine mit. Für mich beginnt der Advent wirklich mit dem ersten Advent. Und dann, ähm, ähm, ja, dann beginnt das alles. Und jetzt weiß ich nicht genau, wo der nächste Teil des Videos weitergeht. Weil ich habe den ersten Teil vorhin aus Versehen nicht gefilmt gehabt. Ähm, ich möchte auf jeden Fall, ähm, auf YouTube auch was zu Weihnachten machen. Und ich hoffe, dass dieses Ende jetzt zu dem passt, was gleich kommt. Und zwar habe ich ja eine kleine Halloween-Reihe gemacht gehabt. Und ich habe gedacht, ich möchte sowas für Weihnachten auch machen. Und ich glaube, für Weihnachten wird das eine größere Sache, ähm, wo verschiedene Dinge mit dabei sein werden. Ich möchte zum einen, ähm, unbedingt verschiedene Plätze hier backen. Äh, da wird es bestimmt mindestens drei Videos zu geben. Dann möchte ich schauen, wenn ich, ähm, na, sagst du mir, Weihnachtsgeschenke selbst mache, dass ich die eben irgendwie auch mitfilme. Äh, da möchte ich, ähm, mir eigentlich einen Adventskranz noch basteln. Da wäre doch eigentlich auch die Idee ganz gut, das mitzufilmen. Und vielleicht auch meinen Weihnachtsbaum beschmücken. Das wäre doch schön. Ja. Ja, da habe ich irgendwie Lust drauf. So ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Noch nicht, weil ich fühle mich noch nicht in Weihnachtsstimmung. Für mich geht der Advent wirklich erst mit dem ersten Advent los. Also erst dann kann ich mich mit Weihnachten und so weiter auseinandersetzen. Äh, vorher finde ich das scheiße. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Ideen, was man da noch so da, ähm, mit reinnehmen könnte in die Reihe. Wenn ja, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich mir das einfach mal angucken. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber. Ja, das sind so zwei Sachen, drei Sachen, die ich unbedingt noch angesprochen haben wollte. Ansonsten arbeite ich zurzeit sehr viel, ja. Es ist sehr anstrengend zurzeit, aber, ähm, es macht trotzdem immer noch Spaß. Äh, darum habe ich aber auch wenig Zeit eben für Videos drehen außer am Wochenende. Weil, äh, ja, es ist eben schon dunkel. Das hatte ich euch ja auch schon erzählt. Und, ja, ich habe, ähm, gestern gesuchtet. Ja, ich habe The Walking Dead wieder mal, äh, nachgeholt. Ich hatte so Anfang März oder Mitte März aufgehört zu gucken, aus verschiedenen Gründen. Und, äh, habe es dann total vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Und ich habe dann gestern gedacht, so, jetzt muss es aber echt mal wieder weitergucken. Und, ähm, ja, ich habe die vierte Staffel durch. Ich habe die fünfte, soweit wie es ging, durch. Also es geht ja, im Moment gibt es sechs Folgen für diese Staffel. Und die sechste habe ich eben beendet. Ja. Und die neueste kommt ja dann am Montag. Ach ja, vielleicht wissen das einige von euch gar nicht. Ähm, ich habe die vierte auf iTunes geguckt. Die fünfte gab es da aber nicht. Dann war ich schon kurz am Ausrasten. Aber ich habe sie bei YouTube gefunden. Und zwar, ähm, mit portugiesischem Untertitel. Aber mein Gott, so ist das halt. Äh, die Qualität ist nicht sonderlich gut. Das heißt, wenn man Vollbild anmacht, äh, ist alles sehr pixellig. Darum muss man das in klein gucken. Ähm, und es ist natürlich auf Englisch. Ähm, wir für wen da... Nein, für die, für die das ein Problem sein sollte, für die ist das natürlich jetzt kein Tipp. Aber, ähm, ich schaue meine Serien ja, wie gesagt, immer alle auf Englisch. Darum, ähm, habe ich die auf YouTube geschaut. Für umsonst, in voller Länge. Im Original. Also, äh, ja, finde ich cool. So, Walking Dead. Also, ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann es kaum erwarten, bis es weitergeht. Ähm, die neue Folge kommt ja dann Montag raus. Ich weiß gar nicht, ob man dann die, ähm, äh, nächste Folge irgendwie, äh, schon dann auf YouTube sehen kann. Weil die müssen wir ja auch noch übersetzen. Weil eigentlich geht es, glaube ich, eher darum, dass es eben, ähm, mit diesem portugiesischen Untertitel ist. Aber, ja. Sehr, sehr gespannt. Ich wollte eigentlich noch einen Lippenstift auftragen. So, habe ich total vergessen. Was soll's. Ähm, genau. Ich höre im Moment, äh, The House of Knights. Oder House of Knights? Moment, lasst mich gucken. Nee, nur House of Knights. Ähm, und zwar ist das von, äh, PCCast und KristenCast. Und, ähm, ich glaube, es gibt zwölf Bänder, Buchbänder. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ähm, ich habe das neulich auch bei Instagram gepostet gehabt. Und dann meinten ein paar Mädels, äh, ja, dass es einfach nur noch total nervig wird nach einer Zeit, weil jeder was mit jedem hat und so weiter. Ähm, ich musste den Personen zu dem Zeitpunkt auch zustimmen. Es ging mir auch sehr auf die Nerven, aber ich habe es trotzdem weitergehört. Also, ich höre eben sehr gerne Hörbücher, vor allem, wenn ich da morgens zur Arbeit gehe, zum Einschlafen und solche Geschichten. Darum bin ich da etwas süchtig. Und ihr werdet das nicht glauben. Ich bin mittlerweile bei... Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher Band das ist. Moment, lasst mich das checken. Das werde ich herausfinden. Hier, House of Knights. Seit... Ich bin bei Band 7 angelangt. Ja. Ähm, es wird besser mit dem Jeder hat was mit jedem. Ähm, es ist trotzdem zum Teil, wo du dir denkst, oh Mann, entscheide ich mal. Aber, ähm... Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend. Ähm, die... Dieses Buch, Burnt heißt das, oder auf Deutsch verbrannt, ähm, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Es ist sehr anders irgendwie, als die, ähm, Bücher davor. Ich möchte nichts vorweg nehmen. Aber, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, ich werde die ganzen Hörbücher durchhören, weil, ja, ich bin jetzt irgendwie schon dabei. Und das muss ich jetzt natürlich auch irgendwie fertig schauen. Ich glaube, dafür soll es auch eine Verfilmung geben. Ich schaue hier mal bei Wikipedia. Mhm, 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 mhm. Das Erscheinungsdatum wurde auf 2016 datiert. Jo, also, 2016 soll wahrscheinlich dieser Film rauskommen. Vielleicht gibt es da jetzt schon wieder irgendwelche Neuerungen. Ich habe das jetzt hier von Wikipedia. Äh, ja, ich weiß nicht, wie das laufen wird. Ich glaube, so die Vampir, ähm, der Vampir-Hype ist so ein bisschen vorbei. Habt man ja jetzt irgendwie zum Beispiel auch bei, ähm, Vampire Academy gesehen. Der Film ist ja unglaublich gefloppt. Aber, who knows? Wir werden gucken. Falls er in die Kinos kommt, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Wer von euch liest denn noch diese Bücher oder hat sie gelesen oder hört die Hörbücher oder macht irgendwas in diese Richtung? Wird mich wirklich interessieren und mich würde auch echt interessieren, was ihr von den Büchern haltet. Und, ja, genau. Aber keine Spoiler bitte, weil vielleicht haben Leute das noch nicht gelesen. Dann, äh, solltet ihr vielleicht mal reingucken. Ich glaube, die ersten Hörbücher gibt es auch auf jeden Fall bei YouTube. Ähm, das heißt, ihr müsstet dafür vielleicht nicht mehr was zahlen. Darum aber keine Spoiler bitte in die Kommentare, weil ich ärgere mich auch immer unglaublich über sowas. Genau. So, darüber wollte ich auch noch gesprochen haben. Ja, mir ist jetzt ein bisschen kalt. Ich bin hier im T-Shirt und, äh, auf dem Balkon. Einfach, weil das Licht hier gut ist. Das wird sich, äh, bald ändern, weil, äh, dann werde ich hier draußen erfrieren. Ähm, ich habe aber noch keinen guten Ort gefunden, um ein Video drin zu drehen. Irgendwie ist das Licht da immer total... Und, ja. Die liebe Lisa hat ja jetzt diese Softboxen bestellt. Ich bin wirklich im Überlegen, mir die aufzuholen. Lisa, bitte schreib mir doch nochmal in die Kommentare, ob sich, äh, dein erster Eindruck bestätigt hat und die wirklich gut sind. Weil, ich glaube, dann werde ich auch mal, ähm, mir sowas anschaffen, weil es ist echt ätzend. Auch mit dem Tageslicht. Ich meine, ich habe voll oft Lust, ein Video zu drehen, aber dann ist kein Licht da und dann... Es wäre einfach nur grau und, äh, und, ja. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache, aber ich möchte eben kein Geld rausschmeißen. Und ich möchte auch keine 100 Euro oder so für, ähm, Softboxen ausgeben. Jo, also Lisa, an dich die bitte, 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 bitte. Sag mir in den Kommentaren Bescheid, wie du die findest. Ähm, genau. Soweit, so gut. Das war's. Äh, ich habe jetzt schon wieder, glaube ich, eine ganz schöne Weile gebrabbelt und, äh, habe jetzt auch gar nichts mehr großartig zu berichten. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt noch das Wochenende. Wenn ihr nicht frei habt, hoffe ich, dass ihr die nächste Woche einen Tag frei habt dafür. Und wir sehen uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss.